Nebenan.de ist ein absolut faszinierendes Produkt. Es ist ein sinnvolles Produkt, das unsere Republik wirklich weiterbringt. Ein digitales Operating System für unsere Nachbarschaften zu bauen, das musste passieren, da wird eine Lücke gefüllt. Wir haben investiert, weil wir wirklich an dieses Team glauben. Da sind begeisternde Unternehmer am Werk, die was ganz Großes schaffen wollen. Wir haben jetzt vier Jahre lang mit ihnen zusammengearbeitet als Investoren und wir freuen uns, dass wir sie jetzt begrüßen dürfen als neuen Teil der Burda-Familie. Das Investment jetzt und der Teil der Burda-Familie zu sein, heißt ja tatsächlich auch, dass man sich noch besser kennenlernt und genauso wie jetzt eben ein Teil von Burda uns auch in Berlin besucht hat, um alle unsere Mitarbeiter auch kennenzulernen, machen wir genau das jetzt, um eben auch Synergien zu schaffen, Kontakte zu knüpfen und einfach ein Stück weit näher heranzurücken an die Burda-Familie. Wenn du mich fragst, was das Besondere an nebenan.de ist, dann muss ich antworten, es gibt gar nicht das eine Besondere, sondern sehr, sehr viele besondere Dinge. Das ist zum einen ein sehr starkes Nutzerwachstum, ein sozial sehr wichtiges Produkt, ein hohes Engagement bei den Nutzern und das Ganze gepaart mit einem sensationell guten Management-Team. So viele Dinge, die besonders sind. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt wenig von nebenan.de gewusst und ich lebe in einem kleinen Dorf und ich freue mich schon auf die Vernetzung von nebenan.de nach Kreuz und an den Tegernsee. Es gibt so viele Schnittstellen, die man ausarbeiten kann. Mich juckt es in den Fingern, jetzt weiterzumachen. Ich bin ein Fan von nebenan.de. crسب. und ich bin ein Fan von nebenan.de Waters